Ja, ihr Löchen und herzlich willkommen zu City War Beyond, geht weiter, wir gucken, ob der Koloss wieder lebt, dann starten wir. Ich bin gerade eingeloggt, dann logge ich mich kurz ein. Nein, du sollst dich nicht einloggen, du bist nicht bei der Chat. Ich bin... Du sollst... Dann lass einfach alle rein, es geht schon um mich. Ich weiß nicht, wo ich bin, da wo ich gestartet bin am Anfang. Es ist dunkel und es ist gewittert. Hey, er ist gewittert tatsächlich. Oh, ja. Koordinaten sind... Koordinaten sind... Koordinaten sind minus 515 Z 1080. Das ist... Hey, Leute, log in. Das ist nicht gut. So, what? Jetzt bist du drin. So, jetzt gucken wir mal. Kannst du deine Koordinaten sagen? Jetzt komm ich dir auch ein bisschen entgegen. Koordinaten waren mal... X minus 902 Y... 902. Quatsch. Da kommt eine Giftspinne. Eine fliegende Giftspinne. Nein, Leute. Was gibt das? Leidness. 1030. Ja. Das 400 Blöcke, das ist echt nicht weit. Mach das Ding... Da ist so eine dreckige Spinne. Hä? Ich seh sie nicht. Kleine und grün. Hä? Ich hab die nicht gesehen. Okay. Das war's mit meiner Folge von City War. Yay. Entschuldigung, ich hab das Ding wirklich... Ich hab das Ding nicht gesehen. Das beißt einen und plötzlich wird's ganz dunkel um einen rum. Das ist Blindness. Oh Gott, hier ist ein Kohlen. Danke. Das Ding ist immer an mir vorbeigesprungen. Hab mich trotzdem gehittet. Es ist irgendwie immer weiter nach vorne gebackt. Wo soll ich denn hinkommen? Geil. Ich bin grad auf dem Weg zu dir. Ich hab schon wieder den kürzesten Tod des Projektes. Okay. Du bist bei minus 900, ne? Z? Minus 880 jetzt irgendwie. Ja, ich bin eigentlich in der Nähe von dir. Also jetzt geh ich das tausend weniger mit. Du hast doch auch die ganze Zeit so einen Rasensprengler. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die Richtungen sind. Okay, das war's mit meiner Folge von City War Nations, beziehungsweise der dritten Folge von City War Nations. Schaut bei dir bitte bei den anderen weiter, denn bei mir wird das jetzt leider nicht weiter gehen. Das ist grad so krass laut hier, ne? Ja, total. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ich bin schon wieder. Ich bin Schott. Alles Cause. Ich bin kurz dringend спросken. Dahil. Danke. πο fav amk vary prof. Gerhard. aja Vielen Dank. 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 Vielen Dank.